Oschis ist griechisch und heisst dort Ektomie ist auch griechisch und heisst rausschneiden. Also die Oschin Ektomie ist im Prinzip das rausschneidende Soldats. Eine chirurgische Massnahme bei bösartigen Mordkrebs. Ja, du, ja, dich. Komm, fass mich an. Merkst du das, wie steifer ist? Merkst du das, wie steifer ist? Komm, komm. Herr Cristo.